Jetzt ist der Super-GAU für die gesamte SPD eingetreten und vor allem für Karl Lauterbach. Und dieser Super-GAU beendet endgültig vor allem seine Karriere, da die SPD vor allem auf ihn jetzt wie scheint auch so richtig wütend ist. Denn ein neues Gutachten belegt nur, dass die Regierung Milliarden aus der Pflegeversicherung zweckentfremdet hat. Wir sprechen von genau 6 Milliarden und die muss sie nun umgehend und dringend zurückzahlen. Wo soll das Geld plötzlich herkommen? Ich meine, man schreitet jetzt schon die ganze Zeit, man hat kein Geld und so weiter. Woher sollen die 6 Milliarden Euro herkommen? Ja, das ist für die SPD und für die Ampelregierung der endgültige Super-GAU. Und das war es halt auch einfach. Vor allem für die SPD und vor allem für Karl Lauterbach. Und dass das Ganze jetzt überhaupt erst rauskommt, das ist nicht überraschend, das ist nicht schockierend. Ich meine, das ist mittlerweile der gewohnte Alltag in Deutschland. 6 Milliarden aus der Pflegeversicherung zweckentfremdet. Ja, steht unter den ganz normalen Nachrichten. Also mich wundert es nicht mehr. Diese Ampel wird hoffentlich beim nächsten Mal komplett abgewählt.